Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TechLive, mit dabei, 85, Bidda und Yoshi, LB. So, letztes Mal war ich dabei, die LV-Dingsbums dazu machen, da war die Folge leider wieder zu Ende, deswegen machen wir jetzt ein paar davon. Das erhöhte die Spannung. So, und dann brauche ich noch einen Saubomotor. Ey. Ah man, ey. Was denn? Servomotor. Servomotor. Gut, Maschinenblock. Haben wir. Und die anderen Rollen, okay. Haben wir. Haben wir nicht. Wie? Haben wir nicht. Gibt's nicht. Gibt nicht, dass wir etwas nicht haben. Also, so müssen wir alles haben. Also, wir brauchen auch Maschinenblock. Scheiße! Was? Lava? Ja. Und weg. Oder? Ja. Wah. Maschinenblock. Bist du einmal abgelenkt? Brauchen wir die anderen, okay. Aber eh, sieben. Ha, passt. Brauchen wir noch? Okay. Aber jetzt ist Ende mit dieser Bauphase, damit Material verschwenden. Ja, nicht, dass wir schon genug haben oder so, ne? Na, wenigstens konnte ich noch einen Großteil sichern, bevor das Ding in Flammen aufging. So, ja, die. So. So, bitteschön, dann zeig mir wie. Ein, zwei. Zwei. Ein, zwei. Und. Ein, zwei. Dann war das Selvomotor. So. 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 Okay, das ist deftig. Das nicht. Bergbank brauche ich auch nicht. So. Okay, ist schon wieder leer. Verarscht, man. Auf jeden Fall ist schon jemand, ist schon jemand lang gelaufen, ja. Warum? Hey, wake up. Und ich wurde gerade angestupst. Von? Ich hab keine Ahnung. Du denkst doch jetzt nicht, dass ich da nachgucke, oder? Angestupft. Wer wagt es, der heilige Wetter von Santanameus zu anstupfen? Ey, das beantworte ich euch in der nächsten Folge. Und wieder? Na, ich denkst du, ich guck jetzt nach. Zum zweiten Mal frage ich dich das jetzt schon. Guck doch nicht während der Aufnahme nach. Das pflückt mir das alles. Solange mich keiner anstupft, ist mir das Schnuppe. Ja, aber wieso würde ich angestupst? Jetzt bist du halt beliebt. Ah ja. Ich kümmere mich ja doch um alle. Ich hab doch alle lieb. Hat er wirklich? Deine Fans lieben dich. Ja, deine Fans dich auch, ne? Nö. In dieser Aufnahme bitte ein Herz bei ihm lassen. Ein Herz für Tiere. Nein, einfach nur ein größer als drei hinschreiben. Das sieht dann schön aus wie das ein Herz. Ich mache es auf jeden Fall. Wehe. Glaub mir. Das machst du nicht. Wer sagt denn, dass ich das mache? Das kann ja sonst ein Fan sein. Sicher. Ich hab ja ein paar treue Fans, die da ab und zu mal vorbeischneiden. Ja. Bei dir. Echt? Ja. Max schreibt mich an. Kann ich rein? Nein, Max. Wenn du dieses YouTube-Video siehst. Nein, darfst du nicht. Niemals darfst du. Solange wir aufnehmen, darfst du nicht rein. Richtig. Oh, ja. Ich hab doch ein gutes Passwort gewählt, ne? Wir nennen es jetzt nicht. Naja, wir können es jetzt schon sagen, eigentlich, ne? Weil dann ist es ja vorbei. Und beim nächsten Mal denkt sich Yoshi eins aus. Ja. Das wird ja nicht so einfach sein. Also, wenn du rein willst, dann schau dieses Video. Das Passwort ist 2015. Das war dieses eine Mal 2015. Vielleicht ist es beim nächsten Mal 2016. Nein, ich glaube, ich war heute so einfallslos, was das Passwort angeht. Ich war kurz davor, Passwort zu schreiben als Passwort. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Manchmal ist man halt ein bisschen so... Äh. Man kann doch nicht... Haben wir Info. Du bist grün. Äh. Wüsste jetzt nicht, wo. Ach, Mann. Das ist schon wieder weg. Wozu brauchen wir eigentlich das Silber nochmal? Das brauchen wir. Ähm, ja. Ja. Was willst du damit? Ja. Wozu brauchen wir das Kaktusgrün... Äh, das Silber? Und du sagst ja. Das brauchen wir halt. Ja. Ah, wo weiß er. Da. Ja, da. Okay, wir brauchen Kaktusgrün. Glas. Bitte jetzt nicht erstrecken. Gapis. Nichts rein, Mann. Okay, nichts rein, der Schuss. Äh. Äh. Glas. Kaktusgrün. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Ja, okay. Kaktusgrün. Kannst du nochmal Kaktusgrün machen, bitte? Ja. Wie viel? Oh, schon. Okay. Kaktusgrün. Hoppala. Da war es weit. Kaktusgrün. Da brauchen wir Rot. Haben wir Rot. Ne Blumen. Rote Blumen irgendwo? Nicht bei uns, auf jeden Fall. Das sehe ich. Ja, okay. Dann heißt, ich muss erst... Ich weiß, dass im Dorf... Ja, genau. Wollte gerade fragen. Und du machst ein bisschen Kaktus. Da. Ich verstehe das eh nicht. Er will zu uns, obwohl er oben in einer anderen Gruppe drin ist. Ja, weil er wahrscheinlich dort nicht mehr erwünscht ist. Ja, bei mir ist er auch eigentlich unten durch. Oh. Was hat er denn gemacht? Ja, das sage ich lieber nicht in der Aufnahme. Okay, gut. Das hätte ich jetzt auch... Da hätte ich jetzt auch gestaunt, hättest du das in der Aufnahme gesagt. Hä? Was? Ich hätte jetzt auch gestaunt, hättest du das in der Aufnahme gesagt. Nein, so fies bin ich nicht. So. Kaktusgrün. Acht Kaktusgrüne. Nein, wir brauchen mehr. Ja, wir haben nicht mehr genug Kaktus... Kakteen. Dann pflanzt mehr an. Ja, hab ich schon. Raut, raut, raut. Nicht raut. Das ist ein Chicken. Ich flieg mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich noch ein bisschen Kakteen oder so. Bestimmt. Haben wir nicht eine Wüste irgendwo? Nein, schon kommt eine Wüste. Ja, ich weiß. Ich sehe schon, da ist ein Ölquell. Ölquell. Da ist eine Ölquell in der Nähe, oder was? Ja. Na, super. Was brauche ich? Eine kleine. So. Okay, okay, okay. Aber es ist noch eine, du. Okay, ich habe genug. Schwein, Schwein. Was war dieses Portal eigentlich? Gehen wir da mal durch? Nein. Du kannst doch durchgehen. Viel Spaß. Nein, gehen wir mal alle zusammen so durch ein Tor. Nein. Ich dachte nicht mal so. Alle zusammen so. Hey. Du dachtest viel zu viel. Du hast ja Keep Inventory an, ne? Jetzt. Was ist denn die? Okay, hier ist noch eine Ölquelle. Du musst dann nicht nach Ölausschau halten, dass das nach Kaktusgrün ausschaut. Mach ich doch. Wenn dann in der Nähe dann halt auch ein bisschen... Oh, sind schon wieder durch. Wenn dann halt in der Nähe... Okay, wir sind schon wieder durch, hat es geheißen. Richtig. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus der Nächste. Ciao.